ja ach da sitze ja mein englisch ist not good ich glaube sie hat das mitgenommen dass sarah da unten oder so ein bisschen als leckerbissen vielleicht dass sie ohne schwester hatte die mehr oder weniger das gleiche schicksal erleidet hat partner der mann geht hier hat ok ok los komm hoch und gucken klein los hinterher aber muss ja dann immer noch so ein bisschen diese szenen visitor center da ist die kanone ok das könnte das museum sein abgeschlossen wieso ich mich sehr hofft Die versucht ja mit dem Nagelfall aufs Schloss aufzumachen. So, wir sollen uns mal umgucken, ob wir hier irgendwas finden, die Kanone betrachten, alles klar. Immer diese langen Unterhaltungen, das ist schon so ein bisschen so. So, guck doch da rein. Seht mal was? Ne? Oh, scheiße. Das Glas ist kaputt, man kann nichts erkennen. Ja, Mülleimer. National Forest Service. So, gucken wir uns da mal an. Rennen aber schneller. 163. So, da können wir nicht weiter rein, nein. Okay, da haben sie es schräg abgeschnitten. Wir laufen wieder seitwärts, okay. Ja, dann ist hier wohl nichts, ne? Okay. 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 Oh, die Steuern, das ist schon ein bisschen tricky hier. Können wir da? Es hat doch einer. Da kannst du durchgucken, oder? Oh, jetzt wird da mal aus, bisschen Steuern. Oh, das ist schon mal aus, bisschen Steuern. Oh, das ist schon mal aus. der hat uns von da unten nicht gesehen durch die latten ok da quietschige hilfe ich glaube da braucht noch ein bisschen öl hey die waffe runter wir tun hier nichts mensch ich will gehen, ich will nicht schreien ich will nicht schreien ich will nicht schreien Jane, er hat eine Waffe jetzt nicht mehr put the bag down Clem, make sure he doesn't have any other weapons in there wir sollen gucken ob er jetzt noch eine andere Waffe dabei hat ja tolles deutsch no i have no more guns Antibiotika wow wow that's a serious stash of meds no 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 take whatever you want but don't take the medicine it's for my sister my older sister she is sick the pain makes her cry and that makes those things come please you're lying no it's true no i'm not she's in the woods sister or not we could really use that stuff no you are not nice people you have already left me defenceless and now you you take my sister's medicine you are worried hey we've got people who are suffering who need this medicine Luke's still a wreck after Carver's Kenny's a mess Rebecca's in pain look at all of it Clementine we need that stuff people are suffering just as much as yours you are not special Clementine yes you I'm sorry Arvo we need these you will wish you had undone this ja es sei denn er stellt uns mal ähm seine Schwester vor äh no what are you doing you don't have to do this is it safe to let him go don't you ever come around here again I don't care if you do have some sick sister the next time I see you you won't just be walking away go we had to actually I've gotten into this mess we had to have to wait we had to wait we had to wait we should go get everyone else we should go get everyone else well yeah 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 we should go get someone else I think go get those lights to the others and bring everyone back here I'm gonna get this place open and we need to get inside asap wir sollen jetzt die Leute holen oder was ach guck, da kommt der, ähm, ja Clem, Clem, hey, any luck with that observation deck? I was just checking on Rebecca and Kenny, they said they hadn't heard from you in a while I don't guess there'd be much, but Jane seems pretty resourceful The deck might be a safe place we can stay tonight, where Rebecca could have the baby At least, if we can't find something better I guess that's something, I should check it out Is Jane still up there now? Yeah, she's trying to get the gift shop opened You know, I can't figure her out I mean, she really lays it on the line, but at the same time, she doesn't show you anything that counts I like her, she's honest, and she knows what she's doing Yep, that's more than I can say for some Jane seems like the kind of person who gets tempered by hardship, you know But when I look at Kenny now, he just, he seems broken Broken people get reckless I know you got a history with him I think he's a good guy At least started as a good guy Yeah, he always tries to do the right thing But he's not the same anymore I'm glad you see it too I need to tell the others about the deck Yeah, good I will, uh, I'll see you back there Ja, so is that, ne? Der arme Kenny Erste Frau verloren, weil sie ihren Sohn nicht umbringen konnte, weil er gebissen wurde Da musste Lee den Sohn erschießen Einiger Zeit haben wir ihn wieder getroffen Hat er dann eine neue Freundin Hat sie wieder verloren Oh man Oh man Ich bin froh, dass du es zurückkrieg hast. Wie fühlst du dich? Angst. Und es tut mir leid. Ich wünschte, dass Alvin hier gewesen wäre. Ich wünschte... Alvin war ein guter Mann. Er war gut mit mir. Und immer für alle. Der Mann hatte einen der größten Hörer von jemandem, die ich mitgebracht habe. Ich sollte ihm das oft gesagt haben. Ich weiß, dass es ein waste von Zeit ist. Aber ich kann nicht stoppen denken über Dinge, die ich ihm gesagt habe. Dinge, die ich ihm mit ihm gesprochen habe. Wie werde ich das ohne ihn tun tun? Alvin sagte mir, dass er die Baby sein wird. Oh, ja? Der große Dumpf nicht hat einen Sinn für diese Dinge. Ich habe ein Gefühl, dass dieser Mann ein Mann ist. Du bist ein guter Kind, Clementine. Ich bin froh, dass du da bist, um dieses Baby zu schauen. Oh, verdammt! Ich habe das. Wir haben noch nie Mike und Bonnie gesehen. Und ich sage nicht, dass ich ihn nicht vertraue. Aber ich würde es empfehlen, wenn du ihn auf ihn geredet hast. Ja, geh auf. Ich werde gut sein. So langsam wird es eng. So, was soll ich jetzt machen? Geht das auch etwas schneller? So, was soll ich jetzt machen? Geht das auch etwas schneller? Ja, jetzt ist sie für mich. Ich werde dich. Vielen Dank.